Ist der Hype um Wuthering Waves gerechtfertigt bzw. übertrieben? Diese Frage steht seit mehreren Wochen in den Raum. Heute möchte ich einfach mit euch über diese Debatte zwischen Wuthering Waves und Genshin Impact sprechen. Anscheinend haben sich zwei Gruppen gebildet, die sich so untereinander biefen. Die eine Seite sagt, dass Wuthering Waves nach einigen Wochen wieder irrelevant wird und Genshin Impact nicht schlagen kann. Und die andere Seite wiederum sagt, dass Wuthering Waves ja der Genshin-Killer sein wird. Und ich stelle mir persönlich die Frage, wen juckt es eigentlich? Wieso muss man immer so versteift sein, eine Seite wählen zu müssen? Ich finde die Diskussion halt mega unnötig. Wird Genshin jemals zu toppen sein? Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und muss auch jedes neue Anime-Gacha-Rollenspiel automatisch ein Genshin-Klon sein? Nein. Man kann und muss das Rad ja nicht immer neu erfinden und das hat Genshin ja per se auch nicht gemacht. Aber man kann ja etwas Bestehendes nehmen und daraus vielleicht etwas Besseres machen. Ich finde, dass Wuthering Waves prinzipiell ähnliche Grundlagen hat wie Genshin. Aber dennoch andere Ziele verfolgen. Sie legen deutlich mehr Wert auf das Kampfsystem. Auch das Verwenden der Pokémon-ähnliche Funktionen. Und damit meine ich, dieses Echo-System finde ich sehr interessant. Die Spieldynamik fühlt sich anders an, was Wuthering Waves aufregend macht. Und Genshin Impact schafft es durch deren eigenen Spielsteer ebenfalls herauszustechen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ja, also ich möchte jetzt hier keine Seite wählen. Ich möchte euch lediglich verdeutlichen, dass immer dieses zwanghafte Vergleichen anderer Spiele nicht immer Sinn ergeben. Jedes Spiel ist auf seine Art und Weise besonders. Wir sollten uns weniger Sorgen machen, ob das eine Spiel das andere Spiel besiegen wird. Wir sollten uns eher freuen, dass immer wieder neue Games wie Wuthering Waves erscheinen. Bei mehr Konkurrenz auf dem Markt können wir halt von den Spieleentwicklern erwarten, dass sie früher oder später sich mehr Mühe geben müssen, um noch besser zu werden. Aber ganz einfach betrachtet ist es einfach ein riesen Pluspunkt für uns Gamer. Was möchte ich damit sagen? Macht euch nicht zu viele Gedanken und lasst euch nicht von anderen so beeinflussen. Genießt einfach die Games, die erscheinen, testet es aus, habt Spaß und bildet euch am Ende des Tages eure eigene Meinung. Ich werde auf jeden Fall Wuthering Waves eine Chance geben, weil ich warte schon so lange auf diesen Release. Ich durfte bisher auch alle Close-Beta spielen und ich muss sagen, es macht schon sehr Laune. Ich denke persönlich schon, dass dieser neue Titel ein Erfolg wird und ich wünsche es Puro Games halt wirklich vom Herzen, weil in meinen Augen hat jeder einfach eine Chance verdient, sich zu etablieren und sich zu beweisen. Die Chance sollten wir denen auf jeden Fall auch geben und lasst uns nicht zu sehr mit Vorurteilen reingehen und einfach, wie gesagt, mit einem ganz entspannten Mindset das Spiel genießen. Wenn ihr Bock auf mehr Wuthering Waves Content habt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und folgt mir auch gerne auf Twitch, da werde ich auch zum Launch Wuthering Waves live streamen und ich denke, da werden wir auch jede Menge Spaß haben. Und das war es auch schon, was ich hier alles in diesem Video sagen wollte. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Hai. . . . .